Servus, ich bin euer Holger von den Franconian Vipers und wie ihr seht schon auf der IWA mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch und wir schauen uns mal an was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft-Tipps und an GSG mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen und ja viel Spaß auf der IWA 2018 so wir sind jetzt auch angekommen bei King Arms und wir schauen uns gleich ein paar M4s an fangen wir gleich mit der an das ist eigentlich glaube ich am interessantesten von allen und zwar haben wir hier die King Arms M4 TWS Kymot Sport und zwar ist es so dass es aufgebaut ist wie eine AR-15 M4 Basis eben aber allerdings mit MP5 Magazine hier passen auch sämtliche MP5 Magazine ist eine G-Box mit V2 ist verbaut mit MOSFET ist drin genau wird empfohlen mit einem 11 1er Batteriefach ist hinten drin den Stock kann man einfach rausziehen und das Batteriefach versteckt sich dann hier unten drunter das zudem ganz lustig wir sind bewegen uns hier im Low Budget Bereich auch bei den allen anderen uns wurde gesagt dass die TWS Kymot Sport bei 140 Dollar liegen soll also so wird es gesagt das ist natürlich abhängig von den Jobs noch also da wird sich noch ein bisschen was ändern am Preis nehme ich an was gibt es noch großartig das ist sozusagen wir haben 90 Grad Trigger eben mit dem MOSFET dementsprechend haben wir ein gutes Ansprechverhalten wir bewegen uns hier bei Waffen für Einsteiger jedoch ist es auch so dass auch eine Vollmetall Ende dieses Jahres noch erscheinen soll momentan ist nämlich alles aus Kunststoff gefertigt außer natürlich das M-Block System sowohl bei den anderen auch komplett Kunststoff und vorne das M-Block wieder aus Metall Klapp schon in der roten Tasche ist sowas möglich achso achso das ist ja auch oder das ist gemein keine roten Tasche oder was die Tasche nein der hat den Besitzer gewechselt ok so wir sind immer noch bei King Arms da M4 ein bisschen langweilig jetzt wird mit der Zeit da wir so wenige sehen haben wir uns überlegt wir schrauben uns was an was wir bisher noch gar nicht hatten und zwar wir haben hier M19L Custom Modelle CO2 Green Gas von King Arms eben die sind meiner Meinung nach auch schon erwerbbar zumindest die meinte ich habe ich schon mal gesehen bei einem Online Shop Online und Versandhandel Shop jawohl jawoll ansonsten kann man nicht großartig viel dazu sagen jawoll